In der Liga geht es natürlich jetzt wieder direkt rund. Das ist jetzt der erste absolute Herzfest gegen Greuther Fürth, die natürlich auch das Ziel haben aufzusteigen und von daher ist es natürlich ein Gegner auf Augenhöhe und da wollen wir uns natürlich so gut wie möglich verkaufen. Wir haben sie gesehen in dem Heimspiel gegen Bielefeld, also insofern sind wir diesen Gegner sehr, sehr gut vorbereitet. Also ich denke, dass Greuther Fürth eine sehr ausgeglichene Mannschaft hat, die sowohl junge, entwicklungsfähige Spieler hat, als auch erfahrene Spieler wie Goran Schukalo. Von daher ist die Mischung bei denen ähnlich wie bei uns, wo auch junge und erfahrene Spieler zusammenwirken und nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass wir das Spiel für uns entscheiden. Ich glaube, dass sie vor allem in der Offensive, die vier in der Offensive, da eine ziemlich hohe Qualität haben, auf die wir natürlich sehr aufpassen müssen.